Hallo liebe Tee-Freunde, heute wollte ich euch mal einen ganz besonderen Tee vorstellen. Den hatte ich heute zufällig gefunden im Kaufhaus. Und zwar nennt sich der Spaß Champagner-Sorbet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich so ein leckerer Tee. Also wirklich selbst die, die sonst gar nicht so Tee mögen. Der Tee ist wirklich der absolute Knaller. Und kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen, wie der so ausschaut. Ja, warum liegen die Tee-Beutel dort oder beziehungsweise die Tee-Pyramide? Da wollte ich euch einfach mal fragen, was ihr davon haltet. Also Lohentee, Tee-Beutel, Tee-Pyramide. Was ist euer Favorit? Da würde ich mir sehr freuen, wenn er da mal einen Kommentar hinterlassen würde. Und zum Champagner-Sorbet ist noch kurz zu sagen, besteht aus Weiß-Tee, Grün-Tee und ne Früchte-Tee-Mischung. Also sonst ihr könnt es wirklich mal riechen. Also wirklich der absolute Knaller. Und ja, gefunden hab ich das Ganze hier im KDW. Und da könnt ihr das auf jeden Fall bekommen. Zu den Zutaten sind Ananas-Stücken noch mit drin. Zucker, Säurungsmittel, Zitronensäure, Apfelstücke, Hibiskusblüten, Kokoschips, Süßholz, Apfelecken, natürliches Aroma, Weinbeeren, Rosenblütenblätter und Pfingstrosenblütenblätter. Wirklich der Tee für den Winter. Ja, vielen Dank fürs Einschalten.